Willkommen zum letzten Video der Feature-Patch-Preview hier auf gatenews.de. In diesem Video kümmere ich mich um eure Fragen und gebe auf genau diese Antworten. Es sind insgesamt fünf Fragen gewesen, auf die ich mich jetzt hier beziehen werde. Werde nebenbei aber auch allgemeine Fragen beantworten, die mir noch so in den Sinn kommen. Vor allem in Bezug auf zum Beispiel das Schwarzwäufenschlüsse-Farmen, exotische Waffen, die wir als Belohnung bekommen oder der Extrasammelbereich für den Gamestore. Wir fangen allerdings an mit euren Fragen. Solltet ihr jetzt noch weitere Fragen zum Feature-Patch haben, postet sie einfach unter das Video und ich werde mich ihnen später annehmen, die Antworten dann quasi dazu schreiben, anstatt sie hier im Video direkt zu beantworten. Fangen wir mit der ersten Frage an. Und zwar wollte jemand in unseren Kommentaren wissen, was genau die Änderungen beim Nekromanten sind. Das heißt, er mag die Previews nicht ganz so, weil sie immer nur einen Teil der Änderungen zeigen. Tatsächlich wurde aber in Skillbar wirklich ein Großteil, wenn nicht sogar komplett alle Änderungen gezeigt. Das heißt, unsere Zusammenfassung von eben diesen Entwickler-Livestreams sind absolut aktuell und enthalten wirklich, ich würde jetzt grob tippen, 95 bis 100 Prozent der Änderungen, da ich zumindest an den Beschreibungen der Texten beim Nekromanten, an den Beschreibungen der Fertigkeiten und Co. keinerlei Unterschied erkannte. Keine Zahl wurde verändert, nichts in dem Bereich. Das heißt, die Preview war hier von ArenaNet diesmal sehr, sehr genau. Frage Nummer 2, die gestellt wurde. Bei Mad Visual habe ich gesehen, dass es neue Handwerksmaterialien gibt, also auch die fehlenden, aufgestiegenen Materialien. Gibt es diesbezüglich Änderungen für Juwelier und Koch? Nein. Ihr könnt weder den Juwelier noch den Koch mit diesem Patch auf 500 bringen. Dementsprechend sind die Materialien zwar jetzt im Spiel. Ich glaube sogar, die waren vorher schon im Spiel. Schon seit einer ganzen Weile. Wir hatten mal Diskussionen darüber, ob es einen aufgestiegenen Juwelier und Koch in nächster Zeit gibt. In diesem Feature-Patch sind die beiden auf jeden Fall nicht enthalten. Die nächste Frage, die gestellt wurde, bezieht sich auf die Änderungen am Kraftboost bei Lich und dem Tornado. Dazu habe ich jetzt hier gleich den Wolf vorbereitet, denn er möchte wissen, ob der Kraftboost auch bei Melandrus Avatar zum Wolf werden oder beim Kraftanzug herbeirufen verändert wurde. Wir schauen dazu jetzt hier. Ich probiere möglichst das Beispiel direkt live zu geben. So, ich mache Damage und wir schauen. Wir sehen, Pining hat danach häufiger kritisch getroffen, aber immer noch für den exakt gleichen Damage von 262 ganz am Ende. Ihr seht nämlich die Stat-Veränderungen durch eure veränderte Gestalt nicht mehr hier in den Attributen. Ich weiß nicht, warum das geändert wurde oder ob das aktuell ein Bug bei uns ist, denn ich habe zum Beispiel die Seuche getestet. Die gibt weiterhin eine erhöhte Vitalität. Das heißt, da gibt es weiterhin den Bonus, aber er wird auch hier nicht angezeigt in den Attributen. Dementsprechend musste ich jetzt dieses kleine Live-Beispiel benutzen, zum Wolf werden und dann sofort die Fertigkeit, oder kurz vorher die Fertigkeit, Pining benutzen. Wenn ich jetzt nämlich wieder aus dem Wolf raus bin, seht ihr, hat sich an den Stats nichts verändert. Also es sieht so aus, als wäre der Kraftboost auch bei dem zum Wolf werden und Co. entfernt worden, bei Medandros Avatar ebenso. Ich habe jetzt im Speziellen nicht den Kraftanzug ausprobiert, also nagel mich nicht darauf fest, aber zumindest zum Raben, Wolf, Beeren und Schneeleopard werden scheint keinen Kraftboost mehr zu geben. Die vierte Frage, die ich hier stehen habe, bezieht sich auf Low-Level-Charaktere, nämlich die, die aktuell zum Beispiel Level 26 sind oder Level 36, die haben ja jetzt eine Elite-Fähigkeit und nach dem Patch gibt es ja theoretisch die Eigenschaft oder die Elite-Fähigkeit erst ab Stufe 40. Verlieren sie sie dann wieder. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß es nicht. Ich hatte keine Chance, solche Sachen hier auf dem Test-Client anzutesten, weil ich halt keinerlei Low-Level-Charaktere habe, sondern nur sofortige 80er. Dementsprechend kann ich das nicht rückwirkend betrachten. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass ArenaNet uns Fähigkeiten wieder wegnimmt. Ich würde also prinzipiell erstmal davon ausgehen, dass ihr die Elite-Fähigkeit weiter behalten könnt und schnell einen Charakter auf Level 30 leveln, wenn der noch im Low-Level-Bereich sich befindet. Ebenso war die Frage, ob die Abstände der Eigenschaftspunkte gleich bleiben. 30, 36, 42 und so weiter. Ja, das bleibt definitiv gleich. Das habe ich ganz kurz nachgetestet, habe eine 20er-Schriftrolle gezogen und geschaut, dass ich bis Level 36 einen Charakter level. Erst da habe ich wieder die Möglichkeit, auf das Eigenschaftspunkte verteilen bekommen. Demnach gehe ich auch davon aus, dass die restlichen Schritte identisch sind. Eine Frage, die natürlich immer wieder aufgetaucht ist, war, wann kommt der Patch? Auch hier kann ich euch wieder keinerlei Auskunft zu geben. Ich sage immer so süß, zwischen 15 Uhr nachmittags und 2 Uhr am nächsten Morgen, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. ArenaNet gibt bewusst keine Uhrzeit heraus, weil es zwischendurch einfach zu Komplikationen, Problemen beim Rüberschieben der Dateien kommen kann und deswegen sich das Ganze verzögert oder es teilweise wahrscheinlich auch andere Gründe gibt, und es immer so ein bisschen nach hinten verschoben wird. Die generelle Zeit, die so grob immer angepeilt wird, ist 18 Uhr. Das ist auch das, was man so intern immer sagt, so ab 18 Uhr ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Patch kommt. Demnach haltet gerade so ab 6 Uhr abends die Augen offen. Eine andere Frage, die so ein bisschen in das Off-Topic abdriftet, aber die ich hier trotzdem aufnehmen möchte, ist das Thema Precursor-Jagd, dass die in Zukunft kommen soll. Und es wurde gefragt, ist sie einmalig pro Account oder einmalig pro Charakter? Da die Precursor-Schnittsejagd nicht da ist, kann ich diese Frage auch nicht wirklich beantworten. Ich tippe aber darauf, dass sie einmal pro Charakter machbar ist, aber so anstrengend wird, dass man nicht einfach einen 80er-Charakter löscht und einen neuen erstellt, nur um ein bisschen Geld über den Precursor zu bekommen. Sollte die Schnellzehagd doch einfacher werden, dann hoffentlich nur einmal pro Account, wobei das natürlich auch wieder sehr, sehr wenig wäre. Kommen wir zu ein paar allgemeinen Themen. Da habe ich nämlich sehr, sehr viele Fragen bekommen, also mehr unter die Videos und nicht spezifisch in die News. Deshalb möchte ich ein paar Dinge an der Stelle aufklären. Nummer 1. Was ist mit diesen rätselhaften, exotischen Waffen gemeint, die wir hier zum Beispiel beim aufgestiegenen Handwerker bekommen? Ihr seht, ich habe einen kleinen Boost von ArenaNet gekriegt, um euch diese Frage zu beantworten und habe plötzlich alle aufgestiegenen Rüstungen fertig. Die gaben mir eine einzigartige, diese gewaltige Waffenkiste und die habe ich jetzt leider auf dem anderen Charakter, aber ich kann euch sagen, was da drin war, nämlich einer der Champion-Skins, also dieser Skins, die ihr aus den Champion-Beuteln bekommt. Gleichzeitig habe ich damit auch den Erfolg freigeschaltet, den es hier gibt. Exotischer Jäger, also die wirklichen Waffen aus den Champion-Taschen, alle einmal gesammelt. Von Antons Stiefelklinge über den Totschlagrufer bis hin zu Lead der Verführerin. Alles ist mit dabei. 34 exotische Waffen sind das und ihr könnt halt bei diesem Erfolg für eine aufgestiegenen Handwerkskunst eine exotische Waffe eurer Wahl auswählen und bei den anderen, dann gibt es noch zwei weitere Erfolge, die geben euch eine zufällige exotische Waffe dieser Variante. Das heißt, ihr habt drei dieser Waffen quasi sofort in eurem Inventar, wenn ihr die anderen Erfolge abschließt. Die sind aber auch relativ günstig im Handelsposten zu bekommen. Dementsprechend könnt ihr sie euch da relativ entspannt holen. Das Thema Schwarzenlöwenschlüsselfarmen steht auch immer noch zur Debatte. Auch hier möchte ich noch mal betonen, den Schlüssel gibt es jetzt erst in der persönlichen Geschichte Stufe 20. Dementsprechend wird es viel, 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 viel länger dauern, da ihr einen Charakter bis Stufe 20 leveln müsst, um dann die 20er Story abschließen zu können, was unheimlich viel Zeit kosten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das Schwarzenlöwenschlüsselfarmen dann noch lohnt. Eventuell wird es dadurch halt wieder lohnenswert, dass die Game Store Waffen seltener im Spiel sind und demnach mehr im Handelsposten kosten. Es gibt noch eine zweite Variante übrigens, um an Schwarzenlöwenschlüssel zu kommen, und zwar durch das Erkunden der Städte, also Ratasum, Löwenstein und Co. Die Chance ist da allerdings relativ gering. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher. Also theoretisch bekommt ihr wahlweise als Abschlussbelohnung einen Transmutationsstein oder einen Schwarzenlöwenschlüssel. Die Verteilung ist aber definitiv nicht 50-50, sondern ich habe jetzt einfach mal hier auf dem Testclient rumprobiert, denn hier haben die Accounts, die Charaktere, die 80 sind, automatisch alle Wegmarken, Points of Interest und Vistas. Das heißt, ich gehe nur in die Stadt rein und bekomme sofort die Belohnung. Aus 16 Versuchen hatte ich zwei Schwarzenlöwenschlüssel. Also müsst ihr vielleicht, so eine ganze Stadt zu erkunden, dauert etwa fünf Minuten. Alle acht Erkundungen, so ein Schlüssel, wären also 40 Minuten einen Schwarzenlöwenschlüssel farm. Wenn ihr einen Glücks-Account habt, oder einen Nuck-Account, wie es so schön heißt, dann ist die Chance vielleicht höher. Ansonsten, ja, so etwa bei, ja, ich tippe drauf, dass es alle acht Versuche dann ungefähr einer ist. Wobei das hier auch, wie gesagt, mit 16 Versuchen noch nicht wirklich repräsentativ ist. Davon mal ab. Kommen wir zum letzten Punkt. Der Grund, warum vielleicht auch Schwarzenlöwentickets in der Zukunft wichtig werden und vielleicht Schwarzenlöwenschlüsselfarmen sich trotz allem noch lohnt, obwohl es länger dauert. Die Schwarzenlöwensammlung, die konnte ich nämlich bis heute ebenfalls noch nicht sehen. Ich wusste nicht mehr, dass sie existiert. Also ich wollte euch da nicht bewusst etwas wegnehmen, sondern ich hab's schlicht und einfach nicht gewusst. Jetzt weiß ich's. Es gibt Erfolge dafür, dass ihr diese kompletten Waffensammlungen mit Schwarzenlöwentickets sammelt. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Phoenix-Waffensammlung, wo ihr alle 16 Skins für finden müsst. Das bezieht sich auf die Pyrowaffensammlung, Liebestrunkenwaffen, was auch immer. Manche davon brauchen 16 Stück, manche sogar 19, weil Unterwasserwaffen mit dabei sind. Im Schnitt kosten die Waffen inzwischen 5 Tickets pro Waffe. Das sind bei fast 20 Waffen, also um die 100 Tickets. Das ist ein bescheuerter Erfolg. Ich sag's ganz gerade raus, ich bin froh, dass er nur 3 Erfolgspunkte gibt, weil ich werde ihn definitiv nicht machen. Ich glaube, viele andere werden das eh nicht sehen. Das ist nur ein Erfolg für ganz, ganz verrückte Leute, die wahlweise zu viel Gold oder zu viel Gems haben. Bock auf verrückte Erfolge, keine Ahnung. Die bauen ein bisschen aufeinander auf, weil man halt als Belohnung sieben weitere Schwarzwäufe Waffentickets bekommt. Aber wer zur Hölle wird das sammeln? Ich persönlich nicht. Ja, ich denke, damit wäre zumindest für das Erste ein Großteil der Fragen geklärt. Wie gesagt, wenn ihr weitere habt, schreibt sie einfach in die Kommentare zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat allgemein diese komplette Preview gefallen. Ich hoffe, wir kriegen in der Zukunft sowas ähnliches nochmal, dass wir euch auch weiterhin diesen guten Einblick geben können. Und ich sag wie immer, denkt als liken, denkt als abonnieren, besucht getnews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.